Moin Freunde, ähm, wie ihr ja schon, ähm, eventuell in dem letzten Video, äh, also quasi von Farmers Dynasty, äh, mitbekommen habt, ähm, mach ich tagsüber ja auch jetzt noch ein paar Videos, ähm, heute, also jetzt gleich, jetzt hier gleich im Anschluss, ähm, ist, ähm, The Binding of Isaac Afterbirth dran, ähm, ich hab mir's eigentlich so gedacht, dass ich, ähm, The Binding of Isaac Afterbirth, äh, in etwas längeren, äh, Videos euch zeigen möchte, ähm, in der, äh, im Aufnehmen hat alles eigentlich gut geklappt, nur beim Schneiden, ähm, gab's noch ein paar Probleme, äh, deswegen werde ich euch, äh, jetzt erstmal, äh, kürzere Videos zeigen, ähm, aber ich hoffe, die gefallen euch trotzdem und, äh, ihr schaut euch die trotzdem fleißig an, ähm, und ich kann euch damit trotzdem noch gut unterhalten, aber mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen, ich wünsche euch einfach nur viel Spaß später jetzt gleich im Anschluss beim Zuschauen. Ähm, ähm, The Binding of Isaac Afterbirth ist eigentlich nur eine Erweiterung von Rebirth, ähm, ich hab hier schon mal reingespielt, ähm, oder reingeguckt, das sind so die Sachen mit Isaac, ähm, quasi, du, das ist hier der Hauptcharakter Isaac, das ist, ähm, das sind halt einfach so andere Puppen, die du spielen kannst, ähm, ähm, das ist quasi eigentlich alles nur Isaac, nur verkleidet, ähm, man kann's einmal auch, oder man muss es einmal auf Normal spielen, auf Hard, und dann gibt's noch den Green Mode, aber das gucken wir uns alles ganz in Ruhe an. Ähm, nicht heute, sondern irgendwann mal, ähm, dann gibt es hier noch Challenges, ähm, die man hier machen kann, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den dritten Speicherstand, denn das ist mein Speicherstand für euch. So, wir haben jetzt hier die Auswahl New Run, was anderes können wir nicht machen, äh, hier sehen wir jetzt auch, ähm, wir können jetzt gerade nur mit Isaac spielen, mit Magdalene brauchen wir sieben Herzcontainer, mit Caden brauchen wir Unlocked by Holding, äh, brauchen wir 55, ähm, Münzen, Entschuldigung, ähm, mit Judas weiß ich gar nicht so genau, mit Eve, ähm, darf ich zwei, äh, Ebenen keine, ähm, Herzen aufsammeln, ähm, für Samson darf ich keine Herzen verlieren, also keinen Schaden nehmen, ähm, ähm, Assafel, ähm, Assafel, ähm, einmal, ne, dreimal den Devil Deal in einem Run, was der Devil Deal ist, werde ich euch auch noch alles zeigen, Lazarus, ähm, vier Seelenherzen, Adam, Eden, weiß ich gar nicht, und Lilith, oder wie er heißt, bekomme ich, wenn ich mit, äh, wo ist er denn jetzt, da, mit Lazarus den Greek Mode schaffe, aber mit den Runs kümmern wir uns heute erstmal noch gar nicht, wir fangen mit der Challenge an, und das wird die Pitch Black werden. So, das ist hier Isaac, das sind hier die typischen Räume, wir sehen unsere Herzen nicht, oder unsere Leben besser gesagt, das sind hier so unsere typischen Gegner, wir kommen erst weiter, wenn wir die Gegner quasi besiegt haben, in jeder, äh, Ebene gibt es einen Boss, und, äh, ja, eigentlich recht entspannt, äh, am Anfang, ne, man kann hier natürlich noch stärker werden, und, ähm, ja, ich würde einfach sagen, Alter, lasst euch überraschen, ähm, für die Leute, die das Spiel kennen, wird's wohl nix Neues sein, ähm, The Binding of Isaac, ähm, generell die komplette Reihe, äh, gibt's ja auch noch, äh, Rebirth und Afterbirth Plus, und, ähm, was weiß ich, wie viele Erweiterungen, ähm, ähm, das kann lustig werden, ne, aber ich will jetzt auch nicht allzu viel erzählen, ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns hier einfach mal drum, äh, genau, dann gibt's hier noch solche speziellen Dinger, ähm, hier haben wir, ähm, Mom's Pad, weiß ich gar nicht, was das genau macht, kann man ja mal testen, wir haben es eingesetzt, achso, das, ähm, benebe quasi unsere Gegner, ähm, das wird nach jedem Raum, äh, quasi, wieder ein bisschen aufgeladen, ähm, nach drei Räumen kann ich das dann wieder benutzen, und das sehen wir oben links, ähm, zwölf Münzen haben wir, das heißt, wir können später eventuell mal in den Shop gehen, äh, und Geld wieder ausgeben, ne, wer macht das nicht gerne? So, Fliege stirbt, geht doch, so, Münze, oder gibt's hier gar keine, in den Shop, weiß ich gar nicht so genau, ähm, aber, oh, wir haben Wachhand, ähm, kann stressig werden, alles kann, nix muss, ne, ähm, ich darf die nicht berühren, weil, dann nehme ich Schaden, so, ich setze das ein, jetzt haben sie nämlich auch automatisch Angst vor mir, aber schießen trotzdem, die Sau-Säcke, so, und jetzt kommt hier, Bekästigkeit, ja, einmal Schaden hab ich ja leider schon genommen, ähm, das heißt, äh, den einen Charakter können wir schon mal nicht mehr freischalten, leider, hätte ich liebend gern schon in meiner ersten Folge geschafft, aber, so, wir haben jetzt Big Mushroom, ähm, wir haben von jedem quasi so ein Level Up bekommen, ähm, hier sehen wir auch einmal unsere Stärke beim Schild, äh, beim Schwert, wir haben quasi eine Stärke von 4, von 7, ähm, ne Schussgeschwindigkeit, oder, naja, ne Schussgeschwindigkeit von 3, Glück haben wir grad mal ein Strich, das ist traurig, ähm, das ist echt traurig, so, das blaue Herz haben wir noch eingesammelt, ähm, was diese ganzen blauen Herzen, da gibt's noch schwarze Herzen, was das alles zu bedeuten hat, äh, werde ich euch dann mal zeigen, ähm, in, in einem Run, wo wir oben die Leben sehen, ne, denn das ist, ähm, ja, kann man halt besser zeigen, ähm, ja, das läuft doch hier schon mal, ähm, hier haben wir einen Stein mit dem, mit dem Kreuz drauf, einfach Bombe dran, und wir kriegen was Nettes, machen quasi jetzt hier noch einen Bombengewinn, ein bisschen Damage haben wir auch schon, äh, äh, geschafft, ähm, gar nicht mal so schlecht, ja, stirbt du da oben auch, oh nein, Mann, will ich doch gar nicht, so, alle weg mit euch, alles, was unnötig ist, unnötiger Sozialkontakt hier, weg, oh, ähm, kriegen wir hier was? Nein, wir kriegen für diesen Raum nix, ja, hier geht's weiter, ähm, wenn das, also wenn, wenn Isaac, also mein, mein Püppchen hier so ein bisschen hart, kann gut sein, weil mein Controller ein wenig kaputt ist, ja, ich spiel nebenbei noch Fifa, ähm, daran liegt's aber nicht, aber halt, ähm, mein, mein Joystick hier, ähm, vom Controller ist halt ein bisschen, äh, demoliert, denn bei Fifa brauchst du den halt durchgehen, ne, ähm, mal gucken, ob ich irgendwann zeitnah mal einen neuen Controller irgendwo finde, so, Freunde, wir haben jetzt hier die Tür zum ersten Devil Deal, vorher nehmen wir hier noch ein HP ab, das heißt, wir kriegen quasi noch, ähm, noch einen Herzcontainer dazu und holen uns das hier und holen uns unser erstes Gappi-Item, was genau Gappi ist, ähm, kann ich euch auch nochmal zeigen, ähm, jetzt ist der Devil Deal Raum auch wieder, oder der Devil Raum auch wieder weg, quasi der Teufelsraum, und da haben wir jetzt immer so eine Anzeige, ich bin jetzt in der dritten Ebene angelangt, ähm, noch drei weitere und ich bin dann halt bei Mams Fuß, ähm, quasi ist es ein Kampf von Isaac, äh, gegen seine Mutter, so wie ich das mal verstanden habe, ähm, mit, ähm, oh, so und so, ähm, irgendwie ist die Mutter ziemlich, oh, okay, ähm, achtet oder hört irgendwie nur auf Gottes Sprache und, ähm, hat halt irgendwie so ein Ohr geflüstert bekommen, so, bringe deinen Sohn um, ähm, und das, was wir hier sehen, sind eigentlich keine Gegner, das sind eigentlich alles nur Einbildungen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, wenn nicht, schreibt mir es gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ähm, deswegen, ne? Also, ich will euch jetzt auch nichts Falsches erzählen oder so, ähm, das ist quasi das, so wie ich das mal aufgenommen habe. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher und ja, ich hätte mich vielleicht vorher noch mal ein bisschen schlau lesen können, ähm, aber das mit diesen Extrafolgen, hier mit, ähm, Isaac und, ähm, wie heißt der, ähm, Farmer's Dynasty, ähm, war eigentlich eine recht spontane Entscheidung, deswegen, so, hier haben wir jetzt, oh, hier haben wir, oh, hier haben wir die Bibel, Freunde. Die Bibel ist immer gut. Ähm, mit der Bibel kann man nämlich fliegen. Also, jetzt nicht, man muss die halt aktivieren. Und die Bibel ist ein Vorteil bei der Mutter. So. Oh, ob das so schlau war? Also, das mit diesen Tränen. Ähm, ich bezweifle es so. Lockdown, äh, durch die Pille. Kacke. Mann. Ja, wir kriegen Piep. Oder, ja, Piep. Ähm, er hat wohl eine schwache Blase, äh, denn er ist, oh, ja, ähm, wohl ziemlich krass am aburinieren. So, aber das haben wir auch geschafft, Freunde. Und wir kriegen ein weiteres HP ab und einen neuen Devil-Raum. Ähm, so, kaufen wir uns das zweite Guppy-Item für einen Herzcontainer. Und es geht weiter in die vierte Ebene der ersten Challenge. Ja. Ähm, genau, was ich eigentlich noch ganz am Anfang sagen wollte. Ähm, das sind keine vernünftigen Schüsse, das sind Tränen. Ne? Also, wir weinen quasi. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstehen kann, dass wir Urin weinen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Freunde. Hat er, hat Isaac mir nicht gesagt, dass er weint. So, das ist nämlich das, was ich meinte. Ich drücke den, äh, den Stick komplett nach links, dass ich laufe. Aber irgendwie, oha, geht das nicht schnell. Ne? Aber ich will ja hier eigentlich schnell laufen, denn ich hab hier mit Spinnen zu tun, Freunde. Bah! Jeder, also eigentlich hab ich kein Problem mit Spinnen. Ähm, aber jeder, der die Folgen von Resident Evil gesehen hat von mir, ähm, weiß, warum ich Spinnen nicht mehr so feier. Also, wenn ihr's nicht gesehen habt, einfach mal reinschauen. Oh, hier haben wir, oha, hier geht's aber ab. So, hier können wir nämlich zum Beispiel jetzt auch unser Item benutzen. Wir haben die Bibel benutzt und können fliegen. Und uns hier noch den Taler. Und hier die Batterie. So, hier haben wir jetzt Schaden genommen, weil das ist ne Kiste mit Stacheln. Aber diese Items gelten auch nur für diesen einen Raum, wo du das benutzt. Ich hoffe, ich hab's jetzt so ein bisschen, also, halbwegs gut erklärt. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Beste im Erklären. Oh, nein. Jo, Bombe, geh weg. Jo, weiter im Text. Mann, was stimmt denn hier nicht? Äh, äh, Justice. Können wir benutzen? Kriegen wir viele schöne, brauchbare Dinger. Ähm, Bobsbrain. Komm, Freunde, wir gönnen uns, Quasi ein Gehirn, mit dem wir schießen können. Trifft es einen Gegner? Werden wir gleich sehen. Und so wird's nämlich sein. Es explodiert einfach eiskalt. Ja, und weiter. Bobs, wenn, äh, kommt, ja, ist jetzt auch schon wieder da. So. Und weiter. Boom. Und... Mann, geh doch, geh doch weg jetzt, äh. So, geh doch. Mein Gott. Äh, Judgment. Können wir auch benutzen? Judgment. Äh, können wir quasi Geld für geben, dass er uns, ich hoffe, mal was Brauchbares gibt. Ja, komm, nehmen wir den. Sammelt für uns Geld ein und gibt uns dann ab und zu mal was. Oha, das hat, das hat Krach gemacht, äh. Uh, ha, ha, ha. Ja, weiter. Ähm, diesen komischen Boy, der da hinter mir herfliegt, der Geld einsammelt. Ähm, den gibt's auch nochmal in Schwarz. Der sammelt Herzen ein. Oha. Äh, der sammelt Herzen ein und gibt mir dann halt dafür, ähm, blaue Seelenherzen. Allerlehe. Und los, komm, ey. Gib ihm. Ich muss sagen, stark sind doch schon, ne? Also, kann ich mich nicht beschweren. So. Stuff. Wir kriegen einen Schlüssel. Wir kriegen einen Moon. Wir kriegen eine Pille. Are you a wizard? Are you a wizard? Ähm, das heißt, wir schießen halt jetzt einfach nur für einen kurzen Moment Scheiße. Oder weinen, äh, pleb, plopp, pleb. Oder wie heißt das? Weiß ich nicht, wie der Teil ist. Keine Ahnung. Pleb, plopp, plopp. Ähm, aber können wir, Herzen, ne, Herzen sind wir voll. Und wir gehen weiter in die nächste Ebene. So. Next. Fangen wir mal oben an. Und, komm, Bob sprayen, Alter. Gib ihm. Wuh, weg mit euch. Äh, genau. Geheimräume gibt's hier auch. Ähm. Müsste man halt nur sprengen. Oh, da haben wir ein weißes Herz. Ein halbes weißes. Das werden wir uns, glaub ich, am Ende holen. Oh, da kam was. Ähm, das weiße Herz werden wir auf jeden Fall am Ende holen. So, wie ich mich kenne, werde ich sowieso vergessen. Uah, nein. Ich bin tot. Ich lebe noch. Ha. Ah, jetzt hab ich auch nur noch ein Herz. Das ist extrem beschissen gerade. Weg mit euch, Mann. Mann. So, aber. Wir haben den Raum gekriegt. So. Was gibt's denn hier so schönes? Hier gibt's solche Gegner. Was? Warum sind das denn denn solche Tränen? Was stimmt mit dem Typen denn nicht? Ah, hier ist ein Stein. Also, den Stein musst du echt immer ganz genau hingucken. Ähm. Kann man schnell übersehen. Und. Und. Schwupps weg. Ist er. Äh, die Tränen gefallen mir einfach mal rein gar nicht. Werde ich auch gleich mal ablegen. Oh. Das ist immer ein Zeichen, dass die Mutter kommt. Aber noch recht entspannt. War nur die Hand. Später haben wir's noch mit dem Fuß zu tun. So. Gib ihm. Komm her. Äh. Hey, hey, hey. So. Das sind halt so Räume. Die nerven halt ein bisschen einen. Aber. Ja. Hier aufpassen. Nicht über Stachel laufen. Oh, wir kriegen Laser, Freunde. Laser. Ist. Yo, Alter. Und. Seelenherzen. Ich geh kaputt. Oha. Scheiße. So. Weiter, Alter. Weiter. Boom. Oh, wir kriegen einen Sack. Ha. Und hier geht's weiter. Oh, wie ich Laser feier. Oh oh. Oh nein. Ich bin in die Spur gekommen. Wenn die rote Spur. Ist. Nicht gut für mich. So. Was haben wir hier schönes? Oh. Ganz viele von den komischen. Boom. 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 Alle vernichten hier. Alles was scheiße ist, muss weg. Ja. Eine Kiste haben wir noch. Können wir nix einsammeln. Schade. Würde ich liebend gern. Hier gucken wir gleich nochmal genau nach. Äh. Nach Stein. So. Und. Böhmchen. So. Sind hier irgendwo Steine? Nö. 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 Okay. Ähm. Wir haben jetzt quasi hier schon unseren Boss. Äh. Waren wir grad schon. Äh. Wir haben aber noch einen zweiten Raum. Ja. Controller. Eben wieder. Halbwegs heile machen. So. Und hier geht's weiter. Äh. Äh. fragt mir nicht was die Gegner hier darstellen sollen. Ähm. Ähm. Da kommt die Mutter wieder. Boom. Boom. Geschafft. Ähm. Keine Ahnung was das hier darstellen soll. Ähm. Wenn. Wer riesengroße Fantasie hat. Kann mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ähm. Aber. Irgendwie. Weiß ich auch nicht so ganz. Oh. Da sollte ich nicht drüber laufen. Das tut weh. So. Was haben wir hier. Monstro 2. Na dann. Machen wir den nochmal. Eben recht easy. Ne. Oh oh. Bumm. 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 Wicht ich mal. Jawoll. Ähm. Jo. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Wir haben wieder genügend Herzen. So. Jetzt hab ich ja grade. Das weiße. Halbe Herz. Bekommen. Was wir uns eigentlich noch geholt haben wollten. Ähm. Aber brauchen wir eigentlich nicht nochmal extra loslaufen. Denn. Wir haben jetzt ein halbes weißes Herzen. Das heißt. Jetzt, wo wir an der neuen Ebene sind, entwickelt sich aus dem halben weißen Herz ein ganzes rotes Herz. Also ein komplett neuer Herzcontainer. Es ist halt alles so mega schwer das zu erklären, wenn man die Herzen grad nicht sieht. Deswegen einfach abwarten bis ich einen normalen Run mache und dann sollte das auch klappen. Ich brauch irgendwie blaue oder schwarze Herzen. Ey, hier gibt's nur Gegner, wow. Oh, ey, das läuft doch hier, was, Safety Cap, okay. Ja, sprengen wir hier auch einmal, na wunderbar. So. Alter, wie viele rote Herzen da kommen, ne? Aber nix kann ich einsammeln davon. Ah, geh weg. Trifst du mich, treff ich dich. So. Ähm, Bobby, Bob, Humin... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir fünf Bomben dazubekommen. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ja, wir könnten jetzt in den... Wir könnten... Ne, wir machen die Ebene noch komplett. Ähm. Weil wer weiß, vielleicht finden wir hier noch irgendwas, ähm, was mich noch stärker macht. Oder... Keine Ahnung. Oder... Wir sterben, weil wir dumm waren und nicht einfach zum Boss gegangen sind. Oder... Was weiß ich. Ähm. Ja. Ha. Kann man sehen, wie man will, ne? Ach, du Scheiße, ey. Leck mich kaputt. Ja. Ach, da unten war ja auch noch ein Raum. So. Dann geht's hier jetzt weiter. Mann, Alter. Du dumme Ratte, ey. Auf jeden Fall, das weiß ich, was das hier sein soll. Und das soll nämlich eigentlich, ähm, Wasserleichen sein. So hab ich das mal verstanden. War ja irgendwo mal gelesen oder gehört oder... Lockdown? Nein, nennen wir nicht. Ich bin noch nicht geisteskrank. Ja. Ja. Den können wir umbringen. Den können wir umbringen. Und... Das können wir wegmachen. Schlüssel bekommen wir. Und dann... Ab. Oh. Zu weit. Hier waren wir lang. Und schwupps. Ja, man darf halt nur nicht auf diese Stachel kommen. Denn das zieht nämlich gleich ein ganzes Herz ab. Äh, und Herzen sind halt hier echt kostbar. Aber wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Denn wir könnten gleich schon mal Cain freischalten, wenn wir hier genügend Herzen bekommen. Äh, Herzen Münzen. Ne, kriegen wir aber nicht. Hm. Was machen wir? Was machen wir? Wir laufen zum Boss. Ähm, das erste Mal bei Muddern. Ich könnte zwar jetzt mega beschissen für euch sein und direkt mal eine Bibel einsetzen. Weil dann ist Mutter nämlich sofort tot. Ähm, aber das möchte ich nicht. Ähm, das ist so für einen akuten Notfall. Ich möchte euch erst mal so zeigen, wie die Mutter überhaupt drauf ist. Also das ist erst mal nur der Fuß. So. Das ist der Fuß. Das ist, das ist, das ist Muddern. Boom. Und halt droppt halt noch andere Gegner. Und, ähm, will mich halt töten. Weil Muddern mag mich nicht so. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir kriegen hier nochmal ein HP ab. Ähm, wir gönnen uns das jetzt hier einfach mal. Bringt uns zwar jetzt nichts mehr, weil der Run vorbei ist. Aber, es geht halt einfach nur um die Statistik. Weil du musst halt auch, um das Spiel komplett durchzuspielen, die ganzen Items aufgesammelt haben. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte, bitte, bitte ein Like da. Ähm, schreibt mir eure Lieblingsmomente in die Kommentare. Ähm, schreibt mir in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat. Was euch ein bisschen gestört hat. Und, ähm, ich werde versuchen, es so gut wie möglich umzusetzen. Ähm, und, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.